Noch mal. Simmons! Schon wieder? Der ist noch... Oh, das wird jetzt einen echter Piss. Das ist älter, die haben noch einiges zu klären. Ich würde helfen, dann hast du drei. Je schneller sie klettern, desto eher können sie das. Der hier Spielzeug ist aber echt cool. Ja, ich finde sie auch ganz gut. Sie ist um! Schnell! Na, ich meine, kam uns jetzt nichts entgegen. Ja. Wir schützen sie, Ada, what? Genug geklemmert. Wir sind erledigt, Samy. Komm, Ada, mal einen Platz. Ah, ich glaube die Esel einzelne... Ah! Gott. Okay. Diese einzelnen Zombies sollen wir fernhalten, schon hier. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was treffe mit der Waffe. Okay. Leer, next. Ah, ich habe viel Sniper-Gewehr wieder. Muni bekommen. Ich glaube tatsächlich, wir sollen die einzelnen Zombies da killen. Oh, ich habe Simmons getroffen. Ja, genau deswegen gesto- Ach, ne. Ah, komm. Los, Leon. Vereilung. Komm. Ich vergehen die neuen Minuten ab. Ja, Vorsicht! Ja, super. Alter! Ich hatte aber nichts zum Ausweichen. Super, jetzt dürfen wir das Ganze nochmal klettern, Mann! Wie viel Kraft die in ihren Namen haben müssen, ey! Nee, jetzt war's. Nee, jetzt war's. Hören Sie mich! Schießen Sie jetzt! Boah, das fand ich jetzt recht uncool. Alter! Alter! Ich dachte jetzt schon, das wäre es für mich. Nee. Du überlegst. Aber da unten, was sieht man da? Das Nio-Umbrella-Zeichen. Das ist ja super. Ich helfe Ihnen! Ja, dann hilf mir schneller, Mensch. Ja, komm mal hoch. Ich hab das Gerichte dafür, wenn da auf einmal ein irre gewolltener Simmons kommt. Der bin ich, der bin ich. Einmal entfällt er die ganze Zeit runter, da bin ich ja recht froh drüber. So lange der nichts schließt oder so. Hä? Wie war der jetzt so schnell da? Nein, Gott sei Dank. Nein, nein, Leon was macht? Ich glaube, Leon ist verliebt. Ich glaube, er will einfach nur ihre Leiche fetschenden. Das ist die Hems. Das ist ein bisschen bekloppt, da. Als Maul? Muss ich runter, kann ich runter. Wenn Sie wirklich Aider sind, stehen Sie das durch. Das war das Glas. Ich habe nur die Augen entspannt. Ja, super! Sie schlafen bei der Arbeit? Aider, ich hasse dich. Ich hasse dich so abgrundtief. Was Sie sich gemerkt haben. Simmons, Mark an der Sonne kreisend. Ist da etwas, was ich wissen soll? Nichts von Belang. Schraaah! Scheiße. Das war glaube ich auch. Das war alles halt an. Du bist so schön. Mann, steh auf, Leon. Sammel die verfickte Muni ein, die überall rumliegt. Okay. Hier kommt ein Clown? Äh, nicht wirklich, aber... Ja, ich bin da gerne ein Gas machen, aber ich bin kein Weg runter. Ah, ich glaube, du sollst doch gar nichts machen. Ah, steh auf, du Sack! Das ist los! Na, ich kann was machen. Oh, okay, ich muss die Verteidigung. Boah, die Hände, 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 die Hände. Ah, was soll ich denn noch machen, Mensch? Ah, jetzt reicht's aber mal, Simons, Mann. Du gehst mir da wirklich echt auf den Senkel. Ich glaube... Ah, ausgewicht. Das ist böse. Keine Muni mehr. Komm, deine Zombies sind mir die ganze Zeit her. Ah, ich glaube, ich hab ihn. Ach, soviel zu dem Thema. Jetzt hab ich nur noch eine Pumpgun. Boah, was für ein epischer Ausweicher. Hat er viel stuffbar, ich glaube. Ja, ich kann's nur leider grad alles nicht aufnehmen. Ah, Simons! Na, wo du bist, du Sau? Ja, lach nicht so bescheuert. Das gibt's erstmal aufs Maul. Alter, warum... Ah, Mann, warum wird der immer gleich wieder hässlich? Ah, da, als Maul-Zombie. Ich würde jetzt gerne mein Kraut kombinieren, aber... Das ist gerade ein bisschen schlecht, ne? Ach, wie sagst du's? Ich werde immer bei euch mal noch vereinzeln. Zombies ausschlau, damit... ...keine Probleme entstehen. Ey, ich weiche den Penner nur aus. Ich will doch nur mein verkacktes Kraut kombinieren. Abiss dich doch mal. Oh, scheiße. Boah, das war jetzt uncool. Mal kurz hier Zeug fressen. Okay, scheiße, doch, das muss sein. Boah, ich hab's eiskalt geschafft. Das Kraut zu kombinieren, während ich angegriffen werde. Boah! Na genau, Ada, du kriegst alles ab. Oh, das ist geil. Boah! Oh, Sniper-Mario, das ist geil. Ah, Leon ist so Zeit aufzustehen und weiterzukämpfen. Ich lebe und werde weiter trinken. Boah! Ah! Simmons, tu's nicht! Denk noch mal drüber, ne? Boah! Vor allem, wenn ich mal ein bisschen mehr Muni für die anderen Waffen hätte. Alter, warum geht der eigentlich immer nur auf mich los? Der kann doch auch mal auf Ada oder so losgehen. Bitte sagt mir, dass das geskriptet ist. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Wollen sie leben? Dann betteln sie um ihr Leben. Ich passe. Man kriegt nicht immer, was man will, Simmons. Boah! Nee! Machen wir Schluss. Man muss immer nach vorne. So kann man natürlich eine Beziehung auch beenden. Ja. Ich hoffe, das war's jetzt endlich mit dem. Ja, da geht nämlich das alles weich auf den Keks. Ach. Ach. So, kriegen wir jetzt mal wieder eine ruhigere Passage vielleicht? Ja. Ich befürchte, ja, nein. Was willst du? Warum hilfst du uns? Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. war wohl nix. Worauf warten Sie? Ach, gehen Sie hier nach. Was? Nein. Wir bleiben zusammen. Und haben wieder allerhand ätzende Grütze im Gesicht. Ja. Ja, die das Zeug immer haben, ey. Hammer. Wollen wir das wirklich wissen? Ist das wirklich alles? Hector! Oh, ja. Oh, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Oh, ja. Ja, Chilt oben ganz entspannt verabschiedet sich von jedem. Der ist halt auch immer hoch. Hector! Ist schon ausgepowert, bevor es überhaupt losgeht. Naja, jetzt haben wir erstmal ein anderes Problem hier. Da ist unser Rückflugticket. Wenn wir es erreichen können. Ja, kommen die paar Schlipsträger. Uah! Ach, nö. Alter, ernsthaft. Wie oft besiegen wir den Kerl jetzt schon? Er kann doch jetzt einfach mal aufheben. Gebt wohl niemals auf, oder? Genug ist genug. Aber echt, ey. Endlich finden Sie ihn zu, Herr Simmers. Für Sie ist noch ein Plätzchen in der Hölle frei. Ich glaube, er will noch nicht zur Hölle fahren. Hey, ist aber auch mal gut hier. Alter, wie soll man denn da ausweichen? Ich versuche mal eine Brandgranate auf ihn zu werfen. Und jetzt brenne, du Sau. Okay, das findet er wohl nicht so cool. Merke ich. Jetzt habe ich ihm voll in die Hoden geschossen. Was, wenn kommen wir jetzt über Gletscher-Scherbe? Ja, vielleicht wird er jetzt eine Fee. Naja, wobei... Ach, da lag noch Stuff, Leon. Nein! Nein! Mann! Ja, ist doch immer das Gleiche mit diesem Kerl. Leon, super dummer Kennedy, echt, ey. Leon, Schlappschwanz, Kennedy. Ach, das sind Kisten. Das sind Kisten. Genau, richtig gut. Ach, okay. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Das wäre ein sehr weitläufiges Dach. Wir müssen zu diesem Helikopter. Ja. Nee. Je schneller, desto besser. Was wollen wir wetten, dass Simmons noch nicht gefinisht ist? Dass der jetzt nochmal kommt? Ja, da springt das hier sicherlich noch ein paar Mal hin und her. Macht einer auf Wesker mit Uroboros. Warte mal, da sind noch Kisten. Ja, ja. So. So macht man Kisten heute kaputt. Man grätscht rein. Pfff. So. Okay. Sieht aber geil aus. Ja, ne? Na, warte, wir müssen hier hochsteigen. Na, warte. Na dann. Hoch mit ihnen. Mach mal ein Hoppeläschen. Gerne, ne? Was soll das? Was zum... Bitte sag, dass das nicht Simmons ist. Leon! Alles okay. Holen Sie mich nur hier raus. Ich habe da jetzt so ein ganz mieses Gefühl. Alter! 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 ! Ich weiß nicht, dass ich auch hier raus Конsteige. Vielen Dank.